Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Indie-Game, das The Plan heißt. Und wie man hier schon sieht, eine Fliege. Wir sind eine Fliege, eine Stubenfliege. Ja, genau. Und der Sinn des Spiels, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig, ist zumindest Fliegen. Also wir sind in der Sicht aus einer Stubenfliege und... Wow, das war Wind. Und müssen einfach nach oben fliegen, glaube ich. Download-Link packe ich in die Beschreibung. Wir fliegen und steigen hoch. Und meine Schwester neben mir lacht sich tot. Die guckt heute mal zu. Und wir steigen immer höher und höher. Und langsam entfernt sich das Bild. Also geht weg, zumindest von der Fliege. Es entfernt sich nicht, aber es geht weg von der Fliege so. Und wir haben irgendwie am Po einen weißen Streifen, der die ganze Zeit uns so folgt. Oh nein! Hilfe, Hilfe! Kämpfe! Wir sind in einem Spinnennetz. Wow, wo bin ich schon hin geflogen? Die fette, klebrige Spinne. Ich habe keine gesehen, aber es kam zumindest keine. Und wir sind noch am Leben. Und wir steigen weiter... ...den Himmel auf! Blatt! Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man gegen so ein Blatt fliegt. Soll ich es mal ausprobieren? Ich probiere es mal aus. Blatt! Da ist eins! Au! Nein! Hilfe! Ah! Da kommt ja noch eins! Das ist ja viel größer. Hilfe! Und wie gesagt, der Sinn dieses Spiels ist immer weiter mit der Fliege aufzusteigen. Und das Bild entfernt sich immer weiter von der Fliege. Ist mal ganz interessant so aus der Sicht einer Stubenfliege. Wie groß das alles für eine Stubenfliege ist. Ein weiteres Blatt. Und ein weiterer Kicher von meiner Schwester. Und Wind! Aber wir fliegen weiter. Wir lassen uns nicht entmutigen. Setzen unseren Weg fort nach oben. Aber ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ob das ein Wald ist? Zumindest... Ist das so ein Affe? Ist das so ein Wollaffe? Was ist denn da? Ist das ein Kuckuck? Keine Ahnung! Wir sind anscheinend... ...in einem... ...Wald. Und wie lange so eine Fliege braucht, um hochzusteigen? Ist schon Wahnsinn. Schon wieder Wind. Alter! Alter! Schill mal! Wuhu! Hilfe! Ja, sieht aus wie ein Nadelwald. Und es kommt Musik. Oh, ich bin mal leise. Die Musik ist schön. Also, ich bin jetzt mal leise. Bis nachher. Bis nachher. Sehr schönes Lied. Jetzt ist es verstummt. Jetzt kommt... Wir fliegen weiter in den Sternenmüll hinein. In die Statusphäre. So, und wir müssen unseren Helm bald aufsetzen, sonst ersticken wir in einem Weltall. Und die Sterne, sie funkeln. Und glitzern. Und wir steigen hoch. Und höher! Und höher! Nein! Jetzt verunstellte ich das entgegen. Und wir fliegen weiter. Und weiter. Und wann es zu Ende ist. Ich hab keine Ahnung. War das Licht? Und wie? Die strahlt hier richtig runter. Wir fliegen zum Mond. Zum Mond. Und wenn wir da sind. Und wenn wir da sind. Und da sind wir im Computer. Puff! 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 Und jetzt sind wir verpufft. Verkohlt, verpufft. Und es scheint es wär's. Wär's. Das gewesen. Nein! Sorry Leute. Das Spiel ist bei Return abgestürzt. Tut mir leid. Ähm. Naja. Das war's mit The Plan. Den Link für den Download tue ich in die Beschreibung. Könnt ihr selbst mal ziehen und zocken. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Indie-Game. Wo wir dann vielleicht als nächstes eine Libelle steuern. Und keine Fliege.